Willkommen zu einer neuen Videoreihe. Heute stellen wir uns die Frage, wer wird am Ende die Welt retten? Es gibt nur eine Möglichkeit und welche das ist, erfährst du in diesem Video. Bis gleich. So, schauen wir mal. Kann man die Welt überhaupt retten? Und wenn ja, wer muss es tun? Wenn man das versteht, ist man den Weg zur Lösung einen Schritt näher. Doch lasst uns erstmal klären, was wir mit Welt retten überhaupt meinen. Muss die Welt überhaupt gerettet werden? Nein, die Welt muss natürlich nicht gerettet werden, genauso wenig wie der Mond oder die Sonne. Das Einzige, was wir retten können, ist uns selbst. Menschen vor den Menschen retten. Schützen kann man auch sagen. So, das ist wohl das, was alle meinen, wenn wir sagen, Welt retten. Nein, es gibt momentan keine Spezies auf dem Planeten, die uns überlegen ist. Wir prägen die Welt bis auf die paar Umweltkatastrophen. Gut, bei den meisten sind wir da auch beteiligt. Doch am Ende schaden wir uns alle doch selbst. Also weder ein Milliardär noch ein Staat oder irgendein Konzern wird die Menschen retten. Das funktioniert überhaupt nicht. Es ist nicht möglich. Im Optimalfall werden die uns bloß dafür bezahlen, dass wir uns selbst retten. Deswegen kann das Geld auch niemals die Lösung sein. Wir selbst sind die Lösung sonst absolut niemand. Also willst du ewig darauf warten, dass dich jemand dafür bezahlt oder willst du es einfach tun? Also es gibt keinen schnelleren Weg, als jetzt damit anzufangen. Also ich bin davon überzeugt, dass die mehr als sieben Milliarden Menschen diesem Planeten nicht darauf warten sollten, dass jemand mit Geld oder Macht kommt, um sie zu retten. Also damit gibt man doch einen Teil seiner Würde auf. Man wartet auf eine Genehmigung, Menschen damit sich selbst zu retten. Das macht keinen Sinn. Nur wir gemeinsam können die Menschen vor sich selbst retten. Es ist absolut kein anderer Weg vorhanden. Eigentlich ist das, was wir jetzt hier tun und zu erwarten, nur Zeitverschwendung und absolut ist es noch zugleich. Warum? Eigentlich ganz einfach. Wir sollen arbeiten, um Geld zu verdienen, damit wir es dann ausgeben können. Dieses Geld kann dann jemand anhäufen, wie bereits genannt der Staat, Reichen, Unternehmen, Unternehmer. Und dann warten wir, bis irgendjemand von denen das Geld nimmt oder die Macht, um das System so zu verändern, dass wir damit zufrieden sind. So und das macht er. Wie macht er das? Das macht er, indem er das Geld einsetzt und uns dafür bezahlt, dass wir das tun, was er am Ende möchte. So und falls derjenige sich nicht dafür entscheidet, das zu tun, was in unserem Sinne ist, naja, dann warten wir einfach weiter und warten und warten und beschweren uns auch noch, dass jemand anderes uns nicht gesagt hat, was wir tun sollen. Also das ist doch wohl eine Utopie, in der wir gerade leben. Wäre vielleicht mal Zeit, aus der Utopie auszusteigen. Nur mal so als Idee. Und brauchen wir dafür, wirklich erst eine Genehmigung, um alles zu verbessern. Wenn das wirklich der Punkt ist, dann sage ich euch Folgendes. Ich habe mir selbst die Genehmigung gegeben. Gib du sie dir doch auch. Wenn du wirklich wartest, passiert nämlich nichts. Ja, sondern wenn du wirklich aktiv werden möchtest, dann mach doch einfach mit. Denn wir sind auch aktiv und wir suchen immer nach neuen Menschen. Und denk einfach mal darüber nach. Teil die Nachricht, teil die Botschaft. Wenn du Lust hast, abonnier den Kanal. Schreib drunter einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Aber das Wichtigste, denk mal drüber nach. Ciao.